wieso lädt er so schnell so was wollte ich denn jetzt überhaupt machen wieso ist da auf der karte ein weißer punkt wieso ist da ein weißer punkt auf der karte wir machen jetzt diesen durchlauf noch was in der stadt würde ich sagen und danach wir holen jetzt erstmal ein paar robine so dem ist das dann mache ich noch mal dieses bombenspiel bis ich es schaffe nein hier müssen wir später übrigens auch lange dammerwald so jetzt da muss ich ja da oben ganz schön rubine wo jetzt erstmal rubine so 27 so 40 wären schon gut glaube ich danke danke für den look 33 hier kann man sogar dann von außen rüberspringen das war auch chillig wer hängt eigentlich da am baum alter kannst du mal bitte dagegen einfach besser gehen einfach her hast du recht boah das gibt da rubine woher hat sich wehgetan der arme machst du auch am baum da ich bin ein dieb so 80 rubinas reicht es sind schon wieder so komische punkte so orange weiß nicht was sie bedeuten so jetzt das bombenspiel ich könnte auch noch mal tingle abschießen schwert meister post bomben laden verkäufer wo ist die scheiß bombenspiel ich vergesse das jedes mal das muss ja dann hier sein das bombenspiel ich muss es jetzt schaffen ist aber ganz schön schwer das ist ja ein anderes spiel als sonst das ist ja ein anderes spiel als sonst das war das war Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Ne, das ist nur eins. Ich habe es, glaube ich. Oh. Ich dachte, ich kriege hier ein Herzteil. Öde. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. So, jetzt hier nochmal Geld ablegen. Vielleicht kriege ich dann wenigstens die größere Börse. Ah, größere Börse. Die habe ich gebraucht. Das ist gut. Okay. Ach, das Weiße sind Eingänge. Das sind Türen. Jetzt hört ein Schuh draus. Okay. Dann haben wir jetzt die Börse. Jetzt würde ich gerne mal. Okay. Nichts. Okay. Okay. auch nicht okay wo kriege ich dann dieses lied herum über die zeit langsamer macht ich dachte das wäre auch hier direkt in der stadt dann gehen wir mal raus gucken uns hier im umland ein bisschen um bombe wäre gut das alles öde raus hier das heißt die braunen dinger sind auch vielleicht eingänge wo kriegt man eigentlich denn den bogen noch mal hier ist das eisgebiet müssen auf jeden fall später nach süden in den wald oh bomben sehr gut ja ich glaube das braune sind echt nee das observatorium hätte ja auch einen eingang was ist das braune ich gucke mir erst mal an was das braune ist ach das sind kisten kisten sind das auch mir dass da wieder nur Rubine drin sind. Hätt gewonnen. Aber es ist ein guter Spot hier für die Sachen hier. Kommen wir auch immer direkt wieder. Gibt es in dem Game eigentlich auch größere Börse, äh, größere? Sieht nicht so aus, ne, oder? Ist hier Dekonüsse? Ne. Baumtasche kann man vielleicht vergrößern, aber ich sehe jetzt nichts für Dekonüsse. Ach, das gibt immer nur eine? Es gibt eine Dekonuss. Ach, du Kacke. So, aber zählt dir das jetzt schon als Truhe? Ach, die Scheiße, da gibt es auch wieder, okay. Ja, da hinten ist noch eine Truhe. Wieder bestimmt Münzen, äh, Rubine. Ja, okay, aber die haben wir. Wenn jetzt einer auf dem Baum stumpf, gucken wir uns die andere noch an. Guck mal, die Hexe fliegt da. Ne, ein Vogel, oder? Was ist das? Sein Schwert nicht mehr ziehen, du wurdest verhext. Ja, wann ist das vorbei? Was ist das für ein komischer Vogel? Geht das mit der Verhexerei auch wieder zurück? Hallo. Ja, wann kann ich das wieder ziehen? Ach, zoll. Vielleicht, wenn ich mich verwandle? Hm. So bin ich eh schneller. Was ist denn hier eine Kiste? Unten am Wasser bestimmt, ne? Bestimmt im Wasser. Jaja, kann ich später als Zora, kann ich das holen? Okay. Und auch Baumstumpf, wie komme ich da hin? Bestimmt als Deko, oder? Ja, denk schon. Oder als Corona, wenn ich da den Sprung sehe. Gucken wir mal. Oh ja, da kommt man gar nicht hin. Okay, das wird nix. Gucken wir mal ein bisschen Story. Bisschen Story. Bisschen Story. Bisschen Folgen. D下次 경우 ich noch ans 겪ete weiter. Wie soll ich sagen? Kauht hin. Vielen Dank. Oh, er weint. Ihm ist kalt. Und dann beklaut er die Leute. Oh, er weint. Ich sehe gerade, ich habe noch das falsche Game drin. Ups. Und dann bekomme ich die Leute. Ach, auch nirgends wo. Ich glaube, das ist nur Deko. Ja, schauen wir mal, ob wir hier die Karte uns holen können. Schau mal. Und was, da ist noch ein Eingang. Wo geht es da nochmal hin? Oh, hier ist noch ein Loch. Oh, hier ist noch ein Loch. Oh, hier ist noch ein Loch. Aber was bringt das? Gar nichts, ne? Hier ist auf jeden Fall dieser komische Vogel am Start. Ah. Na ja. Scheiß Vogel. Zack. 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 Hey, kann man den auch killen oder? Ja. Ja, nicht so. Da lässt immer nur Dinger fallen, ne? Ich glaube, man kann den nicht killen. Ich glaube, das ist noch ein Loch. Irgendwo ist. Meine Dinger sind echt unbrechenbar. Ha. Ja. So, gib mir die Karte. Ey, nein. Hier geblieben. Haut er wieder ab. Die Range will ich. Und die Bucht nehme ich mir auch direkt mit. Ey, die andere will ich auch. Oh. Oh, letzter Tag. Oh, da war eine... Kann man speichern? Ich glaube, ich aktiviere den mal. Ich glaube, man kann da nämlich auch immer hin. Teleportieren. Hi, Papa. Bei mir alles gut. Bist du fertig mit deiner Tour für heute? Ich habe eben auch Feierabend gemacht. Und direkt rein in den Stream. Hier ist die Rennstrecke. Okay. Sauber. Das ist eine Rennstrecke. macht das sehr gut sehr gut ich löke meistens morgens weil ich ja nachmittags selber streame dann ist es schwierig zu lurken noch nebenbei ich glaube man kriegt auch irgendwas wenn man alle auf einmal kaputt macht okay gar nichts moin jasmin bist du spät alles gut bei dir geht sie wieder besser da hinten ist der tingle und war gut dämmerwald die andere nehmen wir auch direkt mit habe ich genug ich habe sogar genug ja es freut mich freue mich zu hören das ist immer schön so jetzt gucken wir erstmal was da ist na ich weiß ja natürlich mein was war ich ja noch mal ah ja angeln kann man hier hier kann man angeln ich weiß nicht mehr wieso man hier angeln also was es gibt aber man kann hier angeln dank für den lockpapa naja andere seite wollte ich noch gucken war ich hier unten schon drin weiß ich gar nicht ja eine kiste Das war's. Krass, nochmal so ein Typ. Ich gehe hier aber jetzt gleich noch nicht weiter, weil ich habe nicht genug Zeit, um den Dungeon zu machen. Da muss ich nochmal den Tag neu starten. Und was will der Typ nochmal? Will der in die andere Blume? Ah, hier gibt es Wundererbsen. Ja, gib mal her. Wie, ich weiß nicht über den Umgang Bescheid. Ja, gib her. Okay. Was soll ich tun? Ich habe nicht gelesen. Wie ist dieses Land? Genau, und so muss man die Urkunden immer und immer weitergeben. Ich weiß aber nicht, was es am Ende gibt, weil so weit war ich noch nie. Und es gibt mindestens vier. Von den Typen. Könnte aber mehr sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, und jetzt komme ich doch oben ans Herzteil, oder? Muss. Oh nein! Gefettfingert. Gefettbeot. Yay! Er war schon auf vier. Oh nein! Wir beenden. Wir sind vier. Wir sind vier. Wir sind vier. Jasmin, hast du Mario Rasmus schon mal gespielt? Hier ist nochmal so eine Blume, kann ich von hier aus da hoch, bestimmt mit dieser Wundererbse da, aber der Typ ist ja jetzt auf der anderen, stimmt, kann ich von hier aus machen, gar nix, ne? Vielleicht verkauft er mir jetzt ein Wundererbse, der Sack. Ist meiner Meinung nach das schwerste Zelda, ne? Nicht von dem Schwierigkeitsgrad her, sondern von der Kompliziertheit. So. Ja, weiß ich, gib her. Mann! Gib mir die, du Sack. Mann! Wie kriege ich diese verkackten Erbsen? Bildi! Ich weiß auch nicht, wo man die Erbsen herkriegen soll, ehrlich gesagt. Ich gucke jetzt nochmal als Kind bei den Tänzern vorbei. Ach nee, da waren nicht die Tänzer drin, ne? Was war hier nochmal drin? Lotterie war hier drin. Komm, ich mach mal. Komm, gib. Ich nehme teil. Jasmin, schreib mal drei Zahlen. Von 0 bis 9. 7, 9, 4. 7, 9, 4. So, okay, um 6 Uhr müssen wir wieder hier hin. Boah, dass sie ja noch Öffnungszeiten haben. Das ist so asozial. Ah, jetzt ist da oben die Kiste. Stimmt, aber der blockiert. Die kriege ich dann jetzt nicht mehr raus. Stimmt, das muss ich mir merken. Der letzte Tag, dann ist da oben eine Kiste. Schon wieder vergessen. So, was könnte ich jetzt hier noch machen? Ich glaube, hierfür brauche ich einen Bogen. Wo kriegt man nochmal den Bogen? Ja, ich weiß das alles nicht mehr. Es gibt hier auch so unfassbar viele Minigames. Ich kann auch nur bedingt was zu den ganzen Storys sagen. Okay, dem geht es gerade gar nicht gut. Okay, dem geht es gerade gar nicht gut. Er ist so richtiger Aluhutträger. Richtiger Querdecker. Okay. 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 Alles klar. ja mit diesen ganzen notizen also ich glaube das ist so das ist ja für die für den progress nicht so wichtig glaube ich bin mir aber auch nicht sicher so hier ist gar nichts los ich glaube hier ist die frau oder wo ist die frau ist sie schon abgehauen getrennte betten hier müsste ich mal am ersten tag auf jeden fall hingehen was das eigentlich für ein schatzkisten ding war ich noch gar nicht drin glaube ich zur schatzkiste das sieht doch aus als könnte ich es klar ok komm das schaffe ich ganz links natürlich 45 sekunden hat man ok so labyrinth mäßig der pro gamer noch ein versuch gibt das da was anderes ganz links oh oh das sieht nicht gut aus das sieht gar nicht gut aus da schaue ich nicht da schaue ich nicht da schaue ich nicht das war schon schwerer komm danke für den lurk nico wo ist die jetzt ganz rechts ok dann komme ich von links safe nicht von links what safe außen rum ja 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 nein scheiße dachte das ist es man man da oh mein gott ich bin da voll falsch gelaufen oh mein gott wieso ist das so schwer ist die reingehauen die ist reingehauen jetzt gehen wir noch zur Lotterie die war wo nochmal die Tänzerinnen sind auch weg so jetzt geht mir mal los bekannt gab es die Gewinnzahlen 7x4 der Treffer der heutigen Beziehung sind 517 genau falsch morgen früh um 6 ist ja witzig da gibt es die Stadt nicht mehr 1 1 Hä, wann ist denn der Typ hier da? Ich dachte, wer wäre jetzt da? Ich glaube, dann kommt so ein Fuchs, wenn man alle killt. Ich muss das gleich mal ausprobieren. So, mal gucken, ob ich das First Fall schaffe hier. Das ist nämlich schwer. 1 Minute 16. Alle Rubiner. Okay. Der Blaue ist schnell. Kommt der zurück? Der geht immer im Kreis, glaube ich. Ja, genau. Der Blaue geht immer im Kreis. Der Blaue geht immer im Kreis. zwei noch oder war noch der blaue nein auch ein grüner oh knapp jasmin deine gewinnzahlen waren leider falsch ich will nochmal ich gehe am besten direkt auf den blauen wenn er von da kommt oder auf den grünen wenn er von da kommt oh man boah diese minigames in echt also die nerven zeit zurückspulen und dann geht es ab in den dungeon ja ich weiß immer noch nicht wo es das lied gibt womit man die zeit langsamer machen kann ich dachte eigentlich es wäre man kriegt das von der vogelscheuche so let's go und am letzten tag gibt es ach man lass mich doch durch am letzten tag darf ich nicht vergessen die truhe in der stadt so ach ab in den walds ab in den walds um ich muss ich glaube ich muss erst mal in den laden ich habe kein bild der magieladen heißt einfach zur alten schachtel wie fühle ich den namen wie witzig so jetzt müssen wir erst mal hier rüber hier ist der magieladen müssen wir erst mal die oma retten muss mir eine nuss mit so und ich glaube die ist nämlich nicht da wenn nicht alles täuscht ach die ist da euer schwester ist glaube ich nicht da hallo also wir müssen die schwester suchen machen wir das so hier ist das äffchen und der sack mir jetzt im weg ja ja du mir folgen der läuft richtig asozial der läuft immer so komische wege ja guckt der täuscht links an dann geht er nach rechts asozial wartet man am besten erst mal wo der hinläuft da ist sie wie soll ich dir helfen ich glaube ich muss jetzt zur schwester zurück und dann einen trank oder so bekommen oder so 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 war ich nicht ich bin es doch ach nee ich hätte die als mensch ach man ich hätte hier als mensch ansprechen müssen glaube ich ja das ist ärgerlich du folgen ja ja als nächstes links ne der enttäuscher blöde enttäuscher und wo dann links nein habe ich nicht Jetzt gehe ich nochmal zu ihrer scheiß Schwester Gebt mir einen Trank bitte Geht doch Bitte ich darf die Flosche behalten Geht doch Geht doch Ich kann deine Verarscher Tricks du scheiß Affe Geht den Weg auswendig Können wir gerade nicht bewegen So jetzt kann ich die Bootsfahrt machen Geht weg die scheiß Affen Geht nichts von euch Geht doch 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 Ich mache meine schöne Bootsfahrt durch den Sumpf. Untertitelung des ZDF, 2020 So, was fotografieren wir denn jetzt hier? Ich hoffe, die Flasche behalten. Das muss man einfach nur machen. Und den kaputt machen, damit man hier lang kann. Da links war auch schon das Äffchen. So, ich will hier nicht halten. Nein, ich will weiter. Wir machen die Fahrt jetzt einmal rundherum. Dann gebe ich das Bild ab und dann gehen wir da hin. Hier sehen wir das Skulltuda-Haus. Ich weiß nicht, was es da als Belohnung gibt. Aber da kann man drin Skulltulas irgendwie machen. Und dann gehen wir da hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich überhaupt machen musste Okay, ich glaube als erstes muss man den Affen befreien Was kriege ich denn? Ja, habe ich verstanden Okay, ich glaube man braucht nicht unbedingt eine Eine Erbse, aber Ich mache das mal so Was denn da oben nochmal? Ah ja Hier muss ich dann später lang Um irgendwo hinzukommen Ich weiß es schon wieder nicht mehr Ich weiß es war die falsche Seite Jupp, falsche Seite Abkürzung Abkürzung Hier brauche ich Pfeil und Bogen Dann brauche ich gar nicht so eine scheiß Erbse Ich bin verwirrt Hey, lass mich durch Ich bin verwirrt Oh, das war knapp. Oh. Oh, das ist ein Herzteil. Das will ich haben. Ich bin völlig verwirrt. Das ist doch nicht hier lang. Andere Seite. Das ist doch nicht hier lang. Das ist doch nicht hier lang. Das ist doch nicht hier lang. Blauer. Äh, blauer. Roter. Hier muss ich runter. Hier ist so ein Ding. Aber keiner, der es verkauft. Hey, geht er hoch. Hey, so geht er nicht da hoch. Hey. 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 So ein frisches Quellwasser. Ach, wer geht es da noch hoch? Da ist der Typ. Aha, aha, aha. Aber was bringt das? Also was kommt da raus, wenn ich die gieße? Fliegen kann ich ja wohl nicht. Tatsächlich, wohin bringt die mich? Da ist eine Kiste. Gib, gib, gib. Das hat sich gelohnt. Perfekt. Okay, das heißt jetzt wieder rüber zur anderen Seite und da so ein Ding bauen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das irgendwie einfacher ist. Kann sein, dass die das aus der 3DS Version einfach gemacht haben. Okay, die erste kriegt man anscheinend geschenkt. Ah, die kosten immer 10. Ja, dann, dann hau mal raus. Ja, dann... Ja, dann ist das. Ja, dann, dann holler ich mich. Dann ist das. Dann hau mal raus. Okay, dann, dann. Ja, dann. Ich kann das. Ja, dann kann das. Dann, dann holler ich mich. Ja, dann bin ich. Die vielleicht kann man kaufen. Wie viele kann man kaufen? Krass. Der ist einfach mir vorbeigelaufen. Die sind da komplett blöd. Rechts war auch noch eine Wundererbse. Hier war doch nur das Herzteil. Hier wohne ich gar nicht hin, ne? Ne, 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 oder? Naja, hier war nur das Herzteil. Links war der Oktopus. Und rechts war das Ding, wo man pflanzen konnte. Ich bin mal gespannt. Aha. So, wohin bringt mich das? Mhm. Okay. Naja. Das ist doch chillig. Nein. Nicht jetzt. Ich bin mitten in der Luft. Wieso passiert sowas immer mir? Ja. Kurz. Angst bekommen. Nein. 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 Abkürzung. Es klappt. Komm, das klappt. Wie das klappt. Wie das klappt. Wie das klappt. So. Ah. Dann geht's hier weiter. Boah. Schaff ich den? Ich glaube, ich mach lieber hier. Ich hab keine Nuss mehr. Das muss klappen. Das muss klappen. Das muss klappen. Das muss klappen. Oh. Boah, war das knapp. Gut. So. Ich hab keine Nuss mehr. Ich komm eh nicht bei dem rein. Ich musste den großen Sprung versuchen wieder. Okay, das war easy. Und dann da hoch. Das ist aber knapp. Och. Möhrchen. Wie er schreit. Wie er schreit. Ja. Wie er schreit. Wie er schreit. Wie er schreit. Untertitelung des ZDF, 2020 Klar, verstehe ich. Oben links, A, rechts A. 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 Oben links, A, rechts A, rechts A. Oben links, A, rechts A. Oben links, A, rechts A. Oben links, A, rechts A. Ja, das ist sehr gut. 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 Also, ich hätte am liebsten direkt das Game gezockt. Ich werde auch gucken, dass ich das Spiel wieder ein, zwei Tage vor Release bekommen. Und dann werde ich das direkt durch streamen. Kommen die immer wieder neu oder sind hier so viele? Ja, also, als ob hier noch einer ist. So, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn da rüber? Ah, hier ist so ein Ding. Ups. Schöne Kisten mitnehmen. Ah, da ist noch einer. Ich glaube, die Feen braucht man, damit man in den Bossraum kommt oder so. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Töne mal alle Gegner besiegen. Bei manchen Feen kriegt man nur, wenn man alle Gegner besiegt hat. Das ist richtig Assi das Game. Hm. Oh, da geht's runter. Da brauche ich ein, da brauche ich Feuer. Ich glaube, hier kriegt man den Bogen. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Daher brauche ich nicht gehen. Darüber komme ich nicht, also geht's nur da unten lang. Oh. 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 Ja, ja, ja. Scheiße, ich glaube, das gingen nur vier. Müssen die hierher kommen, dann machen wir die so kaputt. So, jetzt direkt den Bogen. Oh, ich glaube ja, Bogen. Wenn man so drüber nachdenkt, ist ja Marioras Mask vom Content her viel weniger als Ocarina of Time. Also wirklich massiv weniger. Ich finde auch die Story ist ein bisschen dünner irgendwie. Was habe ich gerade bekommen? Habe ich nicht den Bogen bekommen? Aber ich habe die Karte bekommen. Ich dachte, ich habe den Bogen bekommen. Ähm... Nicht mal dauernd. Ich muss mir erst mal überlegen, Fee. Ah, da unten drunter ist so eine Fee. Ich glaube, man kann später das Wasser ablassen oder so. Dann kann man da hin. Dann... Ja. Dann... Ich brauche ein Feuer, dann gehen wir mal nach oben, nochmal Feuer, aha ok, hey lauf! Habe ich den Stein da taktisch klug dahin gemacht, ne, zurück. Ich brauche den Druck. Das ist eine ganz nette Ergänzung mit diesen Schmetterlingen, die einem dann jetzt hinterher kommen. Wollen wir ganz kurz gucken, wo bin ich denn? Jetzt, ich gucke einfach mal was da ist. Ach, hier gehts hoch, hier gehts hoch. Oh, ich glaube hier muss ich noch gar nicht hin. Ah ja, hier muss ich noch nicht hin. Ich gehe erstmal unten weiter. Wir können hier links gucken, ob hier eine Fee ist. Hier gibt es aber Bogen. Mehr. Mehr. Ich will doch nur den Bogen. Dann muss ich doch oben lang. Äh, Sekunde. Alter, hat der einen Schuss drauf. Keine Fee? Ich hätte schwören können, es gibt eine Fee. Ich habe alles drauf gewettet. So, jetzt nach oben. So, jetzt nach oben. Ich glaube, die kommen immer wieder, ne? Kann das sein? Naja, ich glaube, die kommen immer wieder, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht, wo das andere Ding ist. Da. Er ist wieder... Er ist wieder ausgegangen. Das hier nicht, weil es was geben. Nee, gibt es eine Truhe irgendwie. Vielleicht einen Song spielen oder so? Aha. Schlüssel? Ah, eine Fee. Sehr gut. Du Kacke. Okay. Oh man, ich glaube, ich will da runter. Das sind Löcher. Ich hätte schwören können, hier ist eine Fee. Okay. Ich lehnte das immer auf. Profi Gamer wieder zugeschlagen Ich weiß gerade gar nicht wo ich jetzt aber langen muss Genau auf die andere Seite Bitte ich muss mir oben nicht wieder das Feuer anmachen Ach es ist an Nein Ja moin Weiß nicht wie ich es gemacht habe aber irgendwie Ach der macht hier so einen Schlenker Okay Noch 24 Stunden ich bin direkt hier hin Ich brauche auf jeden Fall diesen Song Wo ich die Zeit langsamer mache Da ist echt nicht mehr viel Zeit Und nach einem halben Dungeon aufhören ist auch scheiße Man muss auch alle Feen dann nochmal neu holen Das wäre ja auch voll nervig Richtig Ja gut Ich kann Ah damit komme ich ja am Anfang Und da komme ich Hier ist eine Tür Ich bin in dem Raum Dann will ich jetzt nach rechts Ja Hier will ich rein Aha Das ist schon mal eine Abkürzung So ich werde aber auf jeden Fall hier rechts rein Und dann will ich Nach unten und nach oben Das ist ja nochmal so ein Nest Das ist eigentlich eher was für den Ferienbogen Dreibe ich nicht auf die Entfernung Er fliegt ja überall hin Komm jetzt hier Feenbogen Ja das sieht gut aus Ja Natürlich Mit Feuer Tu it Die Oldschool Moves noch drauf So jetzt hier muss der Bogen drin sein Na endlich Der Heronbogen Jetzt ist der Question Erstmal mache ich das Ding da kaputt Ich wusste es Komm her Die kommt nicht Geht der auch wieder runter Der geht auch wieder runter Okay dann können wir uns auf jeden Fall Erstmal die Feen snacken Bevor ich den nämlich vergesse Hm Hm Wahrscheinlich mache ich es gerade voll kompliziert. Den zerschaffe ich niemals von hier aus. Ey, wieso kriege ich den nicht? Hä? Kann ich hier schwimmen? Ja! Nein! So, die haben wir. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich werde direkt der nächste Gegner. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Und das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe echt nicht mehr viel Zeit Aber ich kann da jetzt im Prinzip Im Prinzip kann ich zum Boss, aber ich brauche die scheiß Feen halt noch Und ich habe gerade mal 7 Ich glaube ich gehe zum Boss Scheiß auf die Feen Weiß eh nicht, was sie machen Der Bus ist links und dann hoch Dann habe ich ja alles Gibt da irgendwo noch ein extra Raum, finde ich eh nicht Links und dann hoch Geh doch auf diese scheiß Pflanze Wieso hält er sich nicht fest Ich will eh da lang Will er nach links Falsch umgeguckt Hier ist doch nochmal eine Kiste irgendwie Irgendwo Kann doch sein, dass ich die Feen als kriege, wenn ich den Boss besiegt habe Weil das Wasser dann nicht mehr giftig ist Die eine Feen würde ich ja eh nicht bekommen So, wie ging das hier jetzt nochmal? Ich brauche hier Feuer Wo kriege ich nochmal Feuer? Von da Von da Hier erst runterschießen Dann hochschießen Ey, das wird ganz knapp Ich sage es Das Wasser ist jetzt klar Glaube ich Oder nur hier Ja toll Wie komme ich denn da rüber? Von da hinten? Danke Das war noch ein Schalter gewesen Nein Keine Zeit Jetzt Jetzt ist es offen Gut Den Schalter scheiße ich Weil da ist bestimmt eh nur eine Kiste drin Bestimmt Äh Nicht hier Hier Ganz schnell den Boss machen Hier ist noch ein Gang Äh Was passiert da? Ich meine Das ist auch so der Grund Wieso ich diese Das Zelda nicht so mag Dass es so auf Zeit ist Alles Man kennt auch diese Minigames Die auf Zeit sind Ich hasse Minigames auf Zeit Hier sind auch noch voll viele Von den Ähm Von den Feen Da links schon wieder eine Oh Mann Du bist jetzt erst mal weggeschossen Kepäu Kepäu Ja, ist so. Ich hasse Spiele auf Zeit. Da werde ich immer nervös. So, wo lang? Wo lang? Bestimmt jetzt ins Feuer, ne? Ich würde aber echt gerne, ich wüsste echt gerne, wofür die ganzen Fäden nochmal waren. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher Boss das hier ist. Ach ja, ich habe ja ganz vergessen, das ist ja mit diesen scheiß Masken. Stimmt. Völlig vergessen. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Bomben gibt es hier auch, krass. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Was für ein Geschenk. Alter, wie viele. Man bekommt ein Geschenk. Aber was? Lohnt sich das denn? Vielleicht einmal mehr Energie und irgendein Zauber? Oder irgendeine Maske? Zack, eine haben wir. Eine von vier. Jasmin, streamst du heute eigentlich? Zum Beispiel höhere Magieleiste, ja, dachte ich mir. Streamst du heute, Jasmin? Ah, ein Schwerz. Stimmt. Der Ogre. Morgen. Ja. So ein Lied wieder, ne? Rechts unten A, unten rechts oben. Und das ist ja, da oben. Und das ist ja, da oben. Und das ist ja, da oben. Ja. 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 Das war's. Das war's. Ich gehe nochmal in den Tempel und versuche die Fäden zu holen. Hintereingang! Dann komme ich da jetzt raus. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das ist das Problem. Das war's. Das war's. Ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Wo kriege ich jetzt hier Feuer? Hey, wie... Ah. Ja. Ich glaube, wenn ich die Zeit zurücksetze und dann wieder in den Tempel gehe, sind alle Fäen weg, die ich schon gesammelt habe. Und das wäre natürlich doof. Das war's. 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 Das ist halt nix. Ich mache die Story zu Ende. Ich mach das dann irgendwann mal so als extra. Das schaffe ich nicht. Ich bring die jetzt zurück. Ja, ja. Wie er tanzt. Wie er tanzt. Wie er tanzt. Schreien rechts des Palastausgangs. Was für ein Schreien. Hier ist kein Schreien. Ich bin verwirrt. Und rechts. Der hier. Ach, bestimmt genau die andere Seite. Ich bin auch echt ein Mongo. Hm. Da wo der Oktopus war. Und da muss ich dann durch. Na ja. Na ja. Rechts und links ist schwer. Ja. Ich komme jetzt hier wieder raus. Ja. Lass mich einfach raus. Danke für den Look. Die Frage ist, wie schieße ich den ab, wenn ich das Blatt hier nicht verwenden kann. Wenn ich auf dem Blatt nicht stehen kann. Ach, der ist einfach weg. Ach, der ist einfach weg. Okay, gut. Entschuldigung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Werder macht Feuer, das wäre Ossi. Jetzt bin ich aber so da schneller. Scheiße, ich habe keine Ahnung mehr wo lang. Du bist ganz schön schnell, Alter. Aber da muss ich meinen Bogen weggehen. So. So. Auf. So. Na ja. Na ja. So. 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 Reicht doch jetzt mal, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe keine Ahnung wo da lang ist. Nein! Scheiß auf dich. Das müssen wir morgen machen, also wenn ich wieder die Zeit zurückgedreht habe, da schaffe ich jetzt nicht nochmal. Es gibt eine andere Sache, die viel wichtiger ist, die ich noch schaffen kann. Aber Jasmin, du siehst, ich hätte das niemals geschafft jetzt auch mit den Feen. Und die dann... Nein! Alter, ich kacke ab. Wieso haben die das Game so stressig gemacht? Die Musik ist chillig. Und auch geil, dass der Mond dann so nahe kommt. So. Ich muss hier ganz schnell raus aus den Bums. Das müsste ich aber eigentlich schaffen. Drei Minuten. Jaja, das sollte ich schaffen. Ich muss nur aus dem Wald raus. Da muss ich ganz schnell noch meine Rubine deponieren. Das wird knapp. Ja, das wird knapp. Ich schaff das. Was hier? Ne, scheiße, hier war der Wasser, der scheiß Laden. Noch einen weiter. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 2 Minuten noch Stimmt lohnt sich das gar nicht, was ich jetzt mache Ach, ich muss auch noch das scheiß Foto abgeben Scheiße, das schauen wir nicht Boah, ich hoffe, dass ein Herzteil oder irgendwas cooles drin ist Für Rubine war es echt nicht worse Das sind 20 Rubine und dafür mache ich hier so einen Aufstand Oh man Ja, nur noch Rubine Ach scheiße, ich wollte eigentlich auch noch oben die Kiste machen Aber es ist safe eine Rubine drin Ähm, 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 Rubine Links, links, links Oh, die armen Kinder, die einfach hier noch chillen Komm Will 100 einzahlen Ach scheiße, falsche Richtung Oh, die armen 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 Alter, der ist nah. 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 Als erstes will ich dieses scheiß Lied haben, wo ich die Zeit langsam machen kann. Ich bin mir fast sicher, dass man das von der Vogelscheuche bekommt. Das brauche ich unbedingt. In der ersten Nacht muss ich zum See für eine Maske. So, du Scheiß-Ding. Nein, will ich nicht. Ja, sag mal das Lied. Hast du mir doch eben schon erzählt? Ich will mich verarschen. Kriegt man diesen Song nochmal her? Ich weiß es nicht mehr. So, es ist der erste Tag. Das erste, was wir machen können ist, mal zum Bürgermeister gehen. Oder zu seiner Frau. Und eigentlich auch ein Zimmer mal mieten. Abheben. Nein. Ich hoffe, 60 reichen. Ähm. Die Kiste ist wieder da. Also, der Bürgermeister ist gegenüber. Muss man das Zimmer mieten? Ab 8. Ja, man muss vor 8 glaube ich da sein. Scheiße, schau ich nicht mehr, oder? Egal. Es ist ab 10. Krass, die eine Kiste ist auch wieder da. Die immer wieder da? Hier sind 100 Rubine drin, die nehme ich mit. Krass, einfach wieder zu. Geil. Dann. Mit der Scheu-Steuerung. Und da, mit dem Bluetooth ist der Liste infants. An spücheln irgendwo, da. longer voll bugs. Tres Subtitles wurde Müller und hier müssen ein Kiste로 ensures, Wasõig. Nein! 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 30, wie viele brauche ich denn? Ey, mit der Steuerung, das ist so scheiße. Moin Niki, wie gehts dir? Klingt ja gut an. Die sind viel zu schnell weg. Wie soll ich den so schnell treffen? Hm. Ja. 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 Sechzig. Ja. 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 Moin Böning Danke dir für den Lurk Zweiter Versuch Ich hätte echt gedacht, dass es länger dauert Echt ein bisschen Schiss, dass es länger dauert So, haben wir 10 Uhr Ja, perfekt Jetzt kommen wir zum Bürgermeister Ich glaube, hier bin ich schon zu spät, oder? Ja, die ist gar nicht Bist du da? Danke für den Follow Ich bin verwirrt Lurk, oder Du bist jetzt da Aha So, die Olle ist auch da Ich geh rein Ach, immer noch? Drei Tage quatschen die hier, oder was? Aber jetzt ist, glaube ich, die Frau da Was ist das denn? Ein Frosch Ich weiß, was ich bei dir machen muss Ja, das geht jetzt eh nicht mehr Oder? Warte, warte, warte Vielleicht geht das doch Ich meine eigentlich die Story Also, ich glaube, es ist so Ich gehe ins Hotel Vor 8 Uhr Und reserviere ein Zimmer Damit der Corona Kein Zimmer bekommt Weil vorher kann ich kein Zimmer Und dann komme ich ins Gespräch Mit der Rezeptionistin Und die will mich da nur Mitternacht treffen Weil ihr Ihr Verlobter Ist nämlich der Typ hier Und der ist verschwunden Und der Ist der, der mit der Fuchsmaske rumläuft Ist eine ganz komplizierte Story Eine ganz komplizierte Questline Auch Ist die hier? Ja, die ist mich auch gar nicht hier Ich weiß sogar gar nicht, wo die ist Man muss ganz früh Ist die gerade gekommen? Die haben halt hier alle Auch den Gang Bis Die kompletten drei Tage Jeder Hat da Was ist mit der denn nochmal? Äh, ne Danke Da ist sie, da ist sie Äh, ich fache mit mir Hallo Äh, ich fache mit mir ich habe gar kein Zimmer reserviert und kriege einfach einen Schlüssel Der Postbote, was will der eigentlich hier? Ah, warte ich glaube ich muss hier belauschen oder so warte, warte, warte da, 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 da da, 11.30 Uhr in die Küche das meinte ich ok, 11.30 Uhr deswegen gucke auf die Uhr sobald der 11 Uhr ist, muss ich in die Küche rennen wie ein Irrer dann geht es weiter ah, guck mal, wer bist du denn? nur für Angestellte ah, hier ist der Typ und hier ist eine Truhe hör damit nochmal 100 tschuldig tschuldig viel glücklicher ist hm 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 Wo ist eigentlich mein Zimmer? Die meinte Waffenkammer, ne? Aber hier ist kein Raum mehr. Die meinte Waffenkammer, ne? das gefühl als muss man hier irgendwas tun ich weiß doch dass man von denen eine masse haben kann dass man so tanzt wie die tanzt man auch so witzig ich weiß aber nicht wie das geht hier geht's raus hä wo ist mein zimmer das hier ne das mit der oma ah guck mal jetzt der kriegt kein zimmer haha das gespräch so hätte ich wahrscheinlich mit anhören sollen ok 11.30 Uhr müssen wir zurück merken so dann gibt es noch irgendwas in der milchbar zu tun also hier muss ich auf jeden fall wenn ich alle masken habe mit dem zora sprechen so Ich möchte mich über die Follower, Primes und Zuschauer sein. Ja, bitte! Ich weiß gar nicht mehr, was man hier so alles machen muss. Das ist alles so kryptisch bis 11.30 Uhr ist er noch ein bisschen. Guck mal der Arme muss jetzt draußen schlafen, weil ich sein Zimmer habe. Ich bring mal die 200 Trobine weg, ne? Ach man, die ganzen Senzu, die ganzen magischen Bohnen sind ja weg. Ich muss noch extra, wer da dahin lag, schon die wegbringen. Hier. Ja, ich muss noch extra, wer da dahin lag. Ah, jetzt ist er hier. Ich habe schon die Gartenzeit gefragt, wann er hier ist. Ah, ja, 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 bla, bla, bla. Genau das. Ruh, 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 Ruh. 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 Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, Ruh, Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Du bist ganz schön spät dran. Ich warte hier schon eine halbe Stunde. Lass uns in der Küche reden. Ist sie schon in der Küche? Also entweder muss ich zur Mutter oder zu ihm. Bin mir nicht sicher. Sie zu einem Briefkasten. Naja, aber nicht zu irgendeinem Briefkasten, ne? Frühmorgens. Was heißt frühmorgens? Ich denke mal, ich muss nicht zur Mutter damit. Ich denke mal, ich muss ihn einfach direkt einwerfen. Ist hier ein Briefkasten? Nein, okay. Ich glaube, ich muss ihn um 6 Uhr dann einwerfen, oder? Hier ist ein Briefkasten. Genau, und der geht ja immer zum Briefkasten. Dann sehe ich ihn. Okay. Ähm Ich weiß nicht, ob ich den hier abfangen muss, oder einfach bei ihm in die Bude rein muss. Das dauert er eh noch ewig, ja. Ich glaube, an einem bestimmten Punkt komme ich eh nicht weiter, weil ich nicht zu dem Gebiet kam, wo der später ist. Ich meine, mit dem Frosch konnte man auch irgendwas machen. So, wir speichern jetzt mal. Safety first. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020